Also, wie war das das, 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 das? Vielleicht? Eventuell? Ja, ich dachte eher an die Blitze, aber okay. Wieso? Das geht auch. Ja, das geht auch. Wunderbar. Also, das ist hier nur zu Demonstrationszwecken. Ich will mal zeigen, wie man es nicht macht, wie es total lame ist. Es wird allen, ich brenne, es wird allen abgeraten, diese Taktik zu benutzen, denn sonst wirst du als Noob abgeschämt. Ja. Das ist uns aber egal, weil das ist schon nicht so schön. Das ist halt die klasse Taktik hier. Ja, also, wie war jetzt das andere? Einfach Schild, also E und dann... Ja, das geht auch, natürlich. Aber ich dachte eher an E und dann 4xA. Errungenschaft freigeschaltet. Ups, das war E und 4xA. Errungenschaft freigeschaltet, es gibt kein Super-Experten-Level, weil wir so ein Noob-Chill-Kaktik gemacht haben gerade. Das Spiel bezeichnet uns als Noob. Das Spiel ist sehr intelligent. Klug. K-L-U-K. Was hat er da gesagt? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich habe gerade meine Milch getrunken. Du darfst deine Kuh im Zimmer stehen, ne? Level geschafft! Yes! Wie schnell das ging. Tja, siehste mal. Ja. Einmal mit Großarbeit. Wenn du mich nicht so aufgehalten hättest, ne? Wenn du, ja, Alter. Wenn du mich nicht so aufgehalten hättest. So, das lasse ich jetzt natürlich durchlaufen, weil das kennen die Zuschauer hier noch nicht. Havindien. Warum hat der so einen ekelhaften Dialekt? Das ist Flatt. Der darf das. Der hat einen richtig krassen Dialekt im Englischen. Aber auch so ein, der hört sich ja wirklich an wie so ein, ähm... Ja, wie so ein Blatt, wie halt so ein, wie so ein Vampir eben. Aber... Was? Der hier hört sich einfach an wie... Der hier hört sich einfach an wie... Der hier hört sich doch kein Vampir. Wie ein Vampir, äh, wie ein Ausländer. Also jetzt bist du diskriminiert. Okay. Tut mir leid. Er ist ja auch ein Schwarzer. Alles in meiner Schwarze. Das, das macht die Sache besser. Ich möchte jetzt bitte nicht wieder ständig sterben. Nicht? Nee, das wäre ganz cool. Dachtest du, dir gefällt das? Darum machst du das doch auch. Guck mal, ich bin getarnt hier auf dem Boden. Ey. Willst du mich verarschen? Ich niemals. Bin Ernst in Person. Hallo Ernst. Portance of being earnest. Ja, du kannst mich nicht heilen, weil ich kein Schild drauf habe. Weißt du, was heilt? Aber ich heile hier die ganzen... Die ganzen Leute, die hier in der Gegend stehen. Weißt du, Feuer und Holz? Oh. Diechen. Hey, Pferdchen. Hey, Pferdchen. Oh. Oh. Oh, ah, das... Oh, du brennst. Oh, das, äh... Oh, das, das... Das tut mir leid. Das tut mir leid. Ah, von der Weide. Ich finde ja diese Fantasiesprache, die wir sprechen, schon ziemlich lustig, muss ich sagen. Die hört sich mal wieder lustig an. Surrender! Surrender! Übrigens muss ich dazu sagen, so prohaft wir uns hier auch benehmen, als ich das, äh... Spiel, das Grundspiel zusammen, äh, mit der Vigo gespielt habe, haben wir uns auch mehrfach im Tutorial auf die Fresse gelegt. Möchtest du nochmal gesagt haben? Ähm, natürlich, weil das Spiel... Ja, es war buggy, ja, total gebuckt, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. So, aus, aus lauter Frust brenne ich jetzt erstmal die Häuser ab. Ach, du machst das falsch. Hast du denn nichts? Bin mir gerend. Nein. Ähm, die Frau wollte sich gerade... Fleischsalat machen. Ich hab ihr nur geholfen. Fleischsalat? Fleischsalat, ja. Fleischsalat. Oh mein Gott! Sie müssen alle sterben. Los, komm, Feuerblitz rein. Ja, ja. Halt! Willkommen in Havillien. Havillien. Äh, 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 nicht empfangen. Was? Empfangen? Wer empfängt, wen? Ich hab's mal kurz angefangen und... Ist okay. Du brennst mich... Äh, du brennst mich. Du bringst mich immer wieder zum Brennen, weißt du, oder? Ja, ich mach dich halt ganz heiß. Darf ich dich mal feucht machen? War ich schon, aber... Mehr... Okay, dann mach ich dich jetzt heiß. Gut. Vielen Dank. Aber gern. Jetzt geht's mir besser. So. Du hast mich auch feucht gemacht. Das find ich ein bisschen komisch. Ja, schau mal, was ich alles kann. Find ich sehr bedenklich. Ich bin ein wahrer Magier. Deine Hände sind Marisch, Baby. Wie war das mit FSK 18? Ja, muss ich hier vorwahrscheinlich einbinden. Unten irgendwie in die Ecke FSK 18 blinden. Ganz klein, damit man das nicht verklagen kann. Gut, das ist nicht mein Channel. Das ist das Kleingedruckte. Hast du überhaupt ein Channel? Ich hab... Ja, der gammelt lustlos vor sich hin. Lustlos? Also im Gegensatz zu uns. Lustlos. Ja. Wir gammeln auch. Aber nicht lustlos. Genau. Wir gammeln ganz viel Lust. Lustgammeln. Und so. Lustgammeln. Lustgammeln. Und so. 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 Oder Frustbutter-Milch hat ich auch schon. Ich will auch mit dem aus Scheiß-Gold-International. Das will ich mit. Das finde ich's großartig. Ich bin offiziell als Manager. So hat das jetzt nicht funktioniert. So hat das jetzt nicht funktioniert. So hat das jetzt funktioniert. So hat das jetzt funktioniert. Ich auch. Ich hätte auch gerne Geld teilen. Ich mag den Feuerblitz immer noch. Der hält zwar nicht lange, also kann man nicht so lange casten, aber er brennt halt noch lange. Der hasste Strahlen. Der hasste Strahlen. Ne, ne, der, ähm, quasi zweimal Blitz und dreimal Feuer. Ah, ja. Das ist dann nämlich so aus. Guck, und dann, du haben die... Ja, ja, okay, verständlich. Und das hier? Wie war eigentlich Blocken, weißt du das noch? Blocken war... Steuerung. Oh, ja, oh, oh, oh. Hey, komm her, komm her. Hey, komm her, komm her. Was machst du denn? Muss ich dich jetzt wieder rausreißen? Ich dachte, du wolltest mal einen Feuerball reinschmeißen. Ich wollte dir nur, äh, deinen Spaß geben. Ich wollte auch nur, dass du Spaß mit mir hast. Ja. Ja. Schön, dass wir auch darüber gesprochen haben. Ja, guck mal, jetzt habe ich Spaß. Ja, so sieht das aus, wenn ich Spaß habe. Ja, ich komme auch immer zum Explosieren, wenn du Spaß... Wait. FSK18. So, pass auf. Was? Im Raum verteilt. Ich glaube, diese Folge solltest du nach 22 Uhr abdämmen. Morgen ab 23 Uhr dann ausgeteilt. Diese Sendung ist für Kinder unter 20 Jahren nicht geeignet. Genau. Was laberst du da? Ich, sorry, ich komme gerade nicht mit. Ich habe, ähm... Ich töte einfach alles, was mehr als ein Bein hat. Oh. Pass auf, wenn ich rumkomme. Da. Die da. Ach nee, das war's mal gesagt. Oh, Entschuldigung. Das tut mir leid. Ich, äh, das, das kriegen wir schon wieder hin. Ja, hier, guck. Der werte Herr wird uns helfen. Ja, danke, dass du die Leute gelöscht hast, die ich gerade getötet habe. Ich bin, ich bin gerade so in der Revolution, weißt du, ich bin gerade auf einem Eis-Truck. Du Tier. Gibt's... Tau doch nicht meine Gegners auf. Meine Güte. Hörst du auf damit? Aber ich mag den Strahl, ich mag den Hass-Strahl. Oh, oh, tut mir leid. Ja, ich mag auch den Hass-Strahl, aber... Das ist mein Hass-Strahl. Auf mir. Mein Schwert ist zu groß. Was magst du denn dann auf dir? Nicht Hass-Strahl. Nö, los, Limbo. Mein Freund. Komm, komm, komm. Komm. Ach, verdammt, ich kann nicht laufen, während ich... Ja, ich wollte jetzt mit W-A-S-D laufen. Ich bin der vollkommen Profi in diesem Spiel. Und man merkt es schon. Ey. Hier, Volleyball, los, fang. Tor. Du musst eigentlich lang auf hier. Ich geh da hin. Immer den Geräusch. Nein, lass uns woanders hin. Ich hab das Gefühl, die da oben werden wollen, nicht gestört werden. Oh, was machen die denn? Die... ...spielen... ...Britz. Britsch. Die spielen Hockey. Ich will auch Hockey spielen. Eher Hockey. Das ist eine Falle. Ja, du hast uns ja super geleitet. Oh, ich hab, glaube ich, die Leute auch gemacht. Tut mir leid. Entschuldigung. Ich hab... Ich komm nicht vorwärts. Ja, du machst das so. Dann mach doch mal deinen... Rollst du doch mal bitte nicht um. Die... ...hör sich hinterher laufen, laufen sie vor mir weg und ich komm nicht hinterher. So. Und... Party. Dies, gut, dies, geht. Oh. Wollt ihr da hinten getroffen oder so? Oh, jetzt wird's aber lustig. Jetzt wird's lustig. Jetzt fliegen gleich... Hey. Ja, das ist, äh... Deswegen mag ich den Feuerblitz so gerne. Au. Brauchst du Hilfe da unten? Nein. Brauchst du den Feuerball? Joa... Mach mich ruhig heiß, Baby. Okay. Okay. Mach ich. Was? Grinst? Ist ja ein Schollername. Grinst. So nenn ich mich auch. Bei mir heißt er Dissephone. Du hast die Spiegel, ist das ganz auf Englisch, ne? Ich schreit. Au, 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 hör doch mal auf! Mach dich, mach dich, mach dich Schieb. Ich gab mir gerade ein Arcan-Schild, weil der scheint Arcan-Zauber zu casten. Also, äh... Ja, guck mal, wie cool das ist. Oh, au, 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 au. Wollen wir so eine Spruchkasse einrichten? 50 Cent für jeden Lebensspruch. Dein Schild ist aus. Gerade gesehen. Aber vielen Dank. Da war ein paar Käfer machen, ne? Nämlich auch sehr lustig. Ich hab ihn zum Katzen gebracht. Oh, weißt du was? Der Typ geht mir jetzt richtig auf die Eier, ne? So, er soll uns mal hinterherlaufen. Das macht mich mal. Ich hab immer noch so'n kürbiges Schiff. Ich hab ihn einfach mal durch die Gegend gespringt. Das explosives Gemüt hat sich mal wieder ausgesagt. Das ist übrigens der Hassstrahl. Hast du nicht gesprungen? Der Hassstrahl übrigens deshalb... Hassstrahl übrigens deshalb für die Zuschauer, die es nicht wissen, weil das derselbe Zauber ist wie Hass, nur eben als Strahl angewandt. Das ist der gesunde Mittelstrahl des Hasses. Klingt böse. Ja. Das ist auch... Klingt doch nicht schön. Nee. Nee. Klingt schmerzhaft. Ja, das... Ja, auch. Es brennt, also als wenn man quasi so eine Harnleiterentzündung hat. Ja, ich mein Strom, Arkan und Feuer. Das ist, als wenn du auf den Strom zum Pinkeln pinkelst. Ja. Das... Du pinkelst quasi auf den Strom und es brennt wie Feuer. Gut, dass du da schon Erfahrung hast. Das hab ich gehört. Hab ich gelesen. Das hast du gele... Ja, in einer... Finger gebügelt. Was ist das? Äh... Bäh... Maschine. Ich rate dir, nicht reinzuladen. Oh. Wie dir die ganze Zeit da reinrennen? Äh... Ich treffe dich. Mhm. Es trifft mich hart, dass ich dich treffe. Hart. Hart. Lassen wir die Wortspielern. Konzentrieren wir uns auf die Gegend. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Du beleidigst. Ist vorbei jetzt. Konzentrieren. So, ich hab dir kurz einen Raumverteid da. Ich brauch bei dem Spiel aber auch immer ne Weile, um die da richtig reinzukommen. Wir sollten echt aufhören zu reden. Du solltest aufhören zu reden. Ich übernehme jetzt mal das LP. Ähm... Herzlich... Herzlich willkommen bei VikoLP. Herzlich willkommen bei VikoLP. Ich hatte auch mal... In einer Nacht, die nicht mehr näher benannt werden sollte... Mit Freunden kamen interessante Namen heraus, wie... Herzlich willkommen zu Spritzgebäck-LT. Spritzgebäck ist sowieso schon immer so ein sehr seltsamer Name gewesen. Ja. Spritzgebäck-LT. Ich hab sogar einen Channel angemeldet. Auf YouTube, weil ich mir das unbedingt... Also ich habe einen Namen, der lässt sich Frustbuttermilch. Und zwar hab ich im Sommer immer relativ viel Buttermilch getrunken, diese Fruchtbuttermilch eben. Und meinte beim LOL-Spielen zu meinen Mitspielern so, ich trinke jetzt aus Frust eine Buttermilch. Und hab das aber so durcheinander gebracht, quasi so schnell gesagt, dass ich Frustbuttermilch draus gemacht habe. Du trinkst jetzt eine Frustbuttermilch. Und ich finde diesen Namen unglaublich toll. Frustmuttermilch. So, was... Die Frustmuttermilch? Ja, das hast du jetzt gemacht. So, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Ich habe irgendwie nicht aufgepasst. Ähm, da rein. Okay. Hier. Okay, schon mal vor, ich komme nach. Wunderbar. Das Spiel frisst übrigens sehr viel Performance, muss ich sagen. Also ich habe es auf 720p und ich habe trotzdem teilweise so eine 25 Frames. Ja, ich nehme nicht auf. Ich habe das Problem nicht. Ja, normalerweise kannst du es halt auch auf 1080p spielen, aber... Aber das liegt auch teilweise an einer Festplatte. Du nimmst ja direkt auf die, ähm, externe Festplatte auf. Oh, auf extern? Ja, und deswegen, und weil ich nur USB 2.0 habe, kannst du dir ja vorstellen, wie das endet. Ja. Ja, los, hau ihn mit Stein. Steinige ihn. Steinige ihn. Steinige ihn. Steinige ihn.